Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Clip, diesmal aus unserem Trainingsraum. Die folgende Atemübung mit dem Namen 5 Lotusblüten wird traditionell zum Trainingsabschluss gemacht und wird auch als G-Cut bezeichnet. Es handelt sich um eine Young-Atemübung, das heißt tief in den Unterbauch atmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch der Webseite.